Am Samstag und Sonntag fand wieder der Weihnachtsbaumverkauf der Hoyerswerda Genossenschaft Lebensräume statt. In diesem Jahr mit viel Abstand. Im Wald am Scheibesee auf der Plantage des Pflanzenhof Schulze warteten unzählige gut gewachsene Exemplare. Jeder hatte die Möglichkeit sich seinen Traumbaum auszusuchen und ihn auch selbst zu fällen. Auch der Genossenschaftsweihnachtsmann hatte sich Zeit für eine Stippvisite genommen. Bratwurst und Punsch ohne Alkohol und To-Go warteten in diesem Jahr neben den Tannen auf die Interessierten. Zum Abschluss wurde der Rauschebad mit Nachwuchs aus seinem Bus und zum Fototermin gebeten.